Das Freischießen wird wieder mit sechs Böllern eingeschossen. Und der Sonntag wird mit einem Böller beim neuen aktiven Major eröffnet. Herr Hauptmann, ich bedanke mich für diesen hervorragenden Schuss. Nach dem Frühstück sammeln sich Garten und Offiziere. Herr General, verehrte Offiziere, wir begrüßen euch herzlich. General Feldmann, ich danke für die Meldung. Ich freue mich, dass wir alle komplett angetreten sind und dann zur Übernahme der Gemeindefahne und der Königskette zum Rathaus gehen werden. Wenigsen hat wieder Freischießen. Die Königskette wird umgehängt. Verteidigt uns tapfer. Werden wir tun. Herr aktive Major, Sie haben das Wort. Der aktive Major eröffnet die Parade. Garten! Diefstand! Das erste Krieg! Ich freue mich. Glockenal! Glockenal! Und die Parade, das erste Krieg auf euch! Glockenal! Kostar! Glockenal! Glockenal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danach wird dem neuen König seine Schützenscheibe nach Hause gebracht Am letzten Abend reiten die Offiziere auf ihren Wegen, die Stimmung steigt Da kann selbst das Reißen der Königskette der Stimmung keinen Abbruch tun Nach der Parade das Schwenken gemeinsam mit den Ehrendamen Und zum Abschluss gehört die Festwiese wieder den Charakter Und auf dem Festzelt geht es dann weiter Nun wird der Volkskönig gekürt Ich bitte doch mal unseren neuen Volkskönig Winfried Winnie Gerke nach oben Auf unseren neuen Volkskönig Winfried Gerke ein dreifach Donnern ist Ich bin glücklich und stolz, dass ich heute Nachmittag so gut geschossen habe Und herzlichen Dank, dass ihr mir so geholfen habt Bis nächstes Mal Applaus Vielen Dank.